Dieser Volkswagen Passat steht hier zum Verkauf. Der braune Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 166.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 177 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017